Die Schuld- und Finanzkrise ist ein reines Getu und Gemache, meine Damen und Herren. Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns mit einer Krise, die nur einen einzigen Grund hat, immer mehr Menschen, die echte Arbeit haben, zu Arbeitssklaven weiter zu degradieren. Die Löhne der arbeitenden Menschen immer weiter zu senken, das ist die Aufgabe dieser Finanzkrise. Denn die Finanzkrise an sich lässt sich mit einem Schnips lösen. Das Ressourcenproblem lässt sich nicht lösen. Sie können nicht beliebig viel Erz aus dem Erdreich holen. Geld? Was ist denn Geld? Geld ist eine Fantasie. Sie glauben, dass Sie für das Papier, das bedruckt ist und in Ihrem Portemonnaie schlummert, morgen noch Brötchen kaufen können. Ja, der Glaube ist schön. Kann aber sein, dass der Bäcker morgen sagt, wissen Sie was, bedrucktes Papier finde ich blöd. Geben Sie mal Ihre Armbanduhr, da können Sie Brötchen haben. Dann sagt er, die wollte ja schon der Metzger haben. Dann sagt er, ja, dann essen Sie mal die Wurst ohne Brot. Ja, Sie lachen, das ist der Mensch in Deutschland schon mal passiert. Geld kann seine Währung von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts. Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden ist eins, das Vermögen ist andere. Das hat uns doch nur nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann heißt es, wir leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir jetzt Schulden machen, leben auf Kosten der nächsten Generation. Das ist auch Quatsch. Die Reichen vererben ihr Vermögen an die nächste Generation. Die Armen vererben die Schulden an die nächste Generation. Auch in der nächsten Generation sind die Schulden und das Vermögen genau gleich hoch. Denn das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und im Kapitalismus entsteht alles Geld durch Schulden machen. Das ist ja der Wahnsinn an der Sache. Da wird ja Geld ausgegeben, das gar nicht da ist. Die Finanzkrise wäre ja relativ leicht zu lösen gewesen. Es ging ja auch gar nicht um richtiges Geld. Es ging um Buchgeld. Das ist ein Thema für sich. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Sehen Sie, eine Bank darf das Zehnfacher von dem verleihen, was sie hat. Aber auf diesen perversen Gedanken muss man sie erstmal einlassen. Sie zahlen 1.000 Euro ein auf eine Sparkasse und dann darf die Sparkasse ihm 10.000 Euro leihen. Wo kommen die 9.000 Euro her? Die gibt es gar nicht. Die Bank schreibt ihr einfach in die Bücher. Das Geld wird geriert. Im Grunde schreibt die Bank auf einen Zettel, dass er in einem Jahr 10.000 Euro haben wird. Und er unterschreibt den Zettel. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er der Bank in einem Jahr 10.000 Euro geben wird, plus Zinsen. Zurückzahlen nennen die das lustigerweise, obwohl das Geld gar nicht da ist. Und mit dem Zettel kann er einkaufen gehen. Der könnte ja selber Zettel ausfüllen. Der könnte auf den Zettel schreiben, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank den Zettel ausgefüllt hat, dann kann er damit einkaufen gehen. Wenn er jetzt in einem Jahr kommt und sagt, das tut mir leid, ich kann die 10.000 Euro nicht zurückzahlen, das ist alles schiefgegangen. Meine Geschäftsidee, alles ist in die Hose gegangen. Da kann die Bank nicht sagen, ja, Pech, ne? Ist das Geld weg? Dann muss ich sagen, Moment mal, das Geld kann nicht weg sein, weil das war ja nie da. Wir sind dann weg und das geht nicht, denn wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro. Wie stellst du dir das jetzt vor? Sollen wir die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzubezahlen? Haben wir hier blöd auf der Stirn stehen? Was macht die Bank in so einem Fall? Sie leitet dem Mann 11.000 Euro und sagt, davon zahlst du die 10.000 zurück plus die Zinsen. Diesmal kriegt er keinen Zettel zum Einkaufen. Das wird nur noch in die Bücher der Bank geschrieben. Die Bilanz der Bank steigt. Der hat erst 11.000 zu kriegen, steht aber nur in den Büchern. Kommt nicht mehr in den Umlauf, deshalb haben wir keine Inflation seit Jahren. In einem Jahr sagt die Bank, was ist mit der 11.000 Euro? Was soll denn damit sein? Ich habe die nicht gesehen. Stimmt, sagt die Bank, da kriegst du ja 12.000 Euro. Das wird aber nur noch in die Bücher geschrieben. Und das ist das, was die mit Griechenland und den anderen Ländern auch gemacht haben. Auch mit uns Deutschen. Wir Deutschen haben noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt. Wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, runzen Sie nicht die Stirn. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist das ganz große Drama, keine Zinsen mehr. Der Zinsklau. Steht in der Zeit, der Zinsklau. Wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in der Lebensversicherung ein. Wir wollen doch auf 4% Rendite haben. Was glauben Sie dir, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Ich sprach dir das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge. Die müssen doch jemanden finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil sie wollen 4% haben, die Lebensversicherung hat Kosten, will selber was verdienen und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leiht. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben denen Geld geliehen, Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Da hätte es das Wort geheißen. Ja, nee. Aber es wird immer weiter aufgebaut. Immer weiter aufgebaut. Und das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss als Erwirtschaftler werden. Und das geht irgendwann nicht mehr. Das Schuldenproblem ist relativ leicht zu lösen. In Deutschland sowieso. Jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschuld. Unsere Schulden sind 2.000 Milliarden Euro Staatsschuld. Hat jeder Deutsche 25.000 Euro Staatsschuld. Spüren Sie diese drückende Last. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist doch da. Habe ich ja gerade erklärt. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Das Geld ist tatsächlich da. Das sind pro Kopf 60.000 in Deutschland. Jetzt habe ich mir eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist doch bescheuert, oder? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch, aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist schlecht verteilt. 50% der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, haben überhaupt kein Vermögen. Die verdienen so wenig Geld, die können nichts zurücklegen. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Und diese 66% sind noch gewachsen von 64,5% auf 66% in der Schuldenkrise. Das heißt, die Schuldenkrise hat die Reichen noch reicher gemacht und die anderen, der Teil der Leute, die nichts haben, wird immer größer. Und oben haben immer weniger, immer mehr. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Lachen Sie nicht, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt ihr 25.000 Euro Staatsschulden zurück und wir fangen alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das ist kein Quatsch, das haben Volkswirte durchgerechnet. Und die argumentieren sogar innerhalb der kapitalistischen Struktur. Auch innerhalb des Kapitalismus könnte man die Länder entschulden. Wenn die reichen 10 Prozent, die über 5.000, von den 5.000 Milliarden Euro 66 Prozent haben, also 3.200 Milliarden Euro besitzen, die könnten die Staatsschulden so alleine bezahlen. Und hätten mehr über als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen können. Wenn die die Hälfte ihrer 3.200 Milliarden Euro abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass alles wieder seinen Gang gehen könnte. 50 Prozent müssen die abgeben, müssen die nie auf einen Schlag tun. Wenn die die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5 Prozent abgeben, ist das Geld zusammen. 5 Prozent pro Jahr ist das, was die die letzten 20 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Sie erinnern sich Zinsen? Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die tatsächlich arbeiten, ohne was zurücklegen zu können. 40 Prozent von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, wird in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die Geld haben. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wiederhaben und dann ist Deutschland saniert. Und es müsste keiner auf was verzichten, lassen sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab eine Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammen sparen. Versuchen Sie es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit den einen Millionen, damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls Sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Wir reden von echtem Reichen, der vor sich hin wächst, ohne irgendwas Produktives damit zu tun. Und davon kann man die Hälfte wegnehmen. Ob eine Familie Albrecht 20 Milliarden besitzt oder 10 Milliarden, meinen Sie, das merken die im Alltag? Warum konnte denn der Achenbach den Albrechtssohn da so bescheißen mit den Bildern? Bei dem Albrechtssohn war das völlig egal, ob es ein Bild 6, 7 oder 8 Millionen Euro kostet. Das merkt er doch ja nicht. Und dann hat der Achenbach gesagt, ach, wenn das so ist, schlage ich über was drauf. Hat der den Albrechtssohn innerhalb von 6 oder 7 Jahren um 20 Millionen beschissen? Ja, so einen Mann darf man noch nie einsperren. Den muss man auf Provisionsbasis fürs Finanzamt arbeiten lassen, meine Damen und Herren. So ein Setsche von Daimler verdient 8 Millionen im letzten Jahr und jetzt 8,4 Millionen. Warum müssen diese Leute eine Gehaltserhöhung haben? Kann man denen keine Penisverlängerung anbieten? Diese Fußballer, 5, 6 Millionen im Jahr. Vielleicht kann man mal einen kostenlosen Führerschein spendieren oder so weiter. Das Gesetz wäre in 5 Minuten zu machen, es würde nicht dem Grundgesetz widersprechen und es würde uns allen besser gehen hinterher. Aber es hat keine Chance. Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das Gleiche, beschäftigen sich Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese 5 Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl. Meist sogar 85%. Wie machen die das? Wir bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen. Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren. Dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi. Die bringen diese Leute dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen, ohne Mauer, ohne Schießbefehl, ohne Stasi. Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass es auch ohne geht. Und wer hilft ihnen dabei? Das sind die Medien. Wem gehören die Medien? Heute war ja von den Medien schon die Rede. Das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Ein paar reichen Familien und die meisten kennen sie sogar. Springer, die bekannteste reiche Familie. Friedrich Springer, das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Computerbild, Autobild, Welt, Welt am Sonntag muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung gehen. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernseh beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bildzeit um Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Der Wulf, der musste weg. Der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland und hatte noch ein Vortrag über die Zinspolitik gehalten während der Finanzkrise, darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden, da hat die Friedrich Springer so gemacht. Dann machen die den weg. Der hat sich nichts in Schulden kommen lassen, der Wulf, außer dass er ein bisschen blöd war. Das war noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder? Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn. Die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit der beteilenden Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann, gehört der Familie Mohn. Lismohn steht an der Spitze. Friedrich Springer und Lismohn, die erfolgreichsten und mächtigsten Frauen des Landes. Haben das selbe Geschäftsmodell, haben als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, haben die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Das ist das Modell Schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie alle Schwarze, die alte Bildzeitungsnutte. Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat Gruner und Jai ist gerade ganz gekauft. Das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bildzeitung für Abiturienten. Früher war das mal ein aufklärerisches Magazin, heute ist alles längst gleichgeschaltet. Sehen Sie, heute kein Chefredakteur der Bildzeitung, Nikolaus Blome, Chefredakteur beim Spiegel. Das wäre früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die reichen Familien Sie auch für nichts mehr. Es ist alles offen und ehrlich. Bertelsmann ist auch Privatfernseher. RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen. Hat der Kohl noch clever geplant? Privatfernseher hat er eingeführt. Der Kohl wusste, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockert das Brot, wenn es zu lustiger müsste nicht Spiele werden. Nach 30 Jahren RTL ist das doch alles perfekt. Das Dschungelcamp ist die erfolgreiche Sendung im deutschen Fernsehen. Die meisten Unterhaltungssendungen in den Privatsendern bestehen aus Kindergeburtstaspielchen. Sack schlagen, Eier laufen, Topf hüpfen. Wir sind wieder bei Gladiatorenkämpfen angekommen. Schlag den Rab! Und er steht immer wieder auf. Das ist furchtbar. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da werden ja nicht nur die Studien gemacht. Da werden auch ganze Gesetze entwickelt. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung geschrieben worden. Nicht von Peter Harz. Der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter, einer geht, noch einer geht, noch ein Harz. Wenn der, wenn der den französischen Präsidenten Olampe rät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Noch eine Reichfamilie, die Sie kennen, Burda. Burda, das ist dann, das ist Boulevard. Man sagt doch, Gosse, Gala, bunte Frau und Kind, Killinghün, womit Sie so Ihr Resthirn einwickeln. Fokus, Fokus ist auch Burda. Das ist jetzt Spiegel für Hirnamputierte. So eine Art journalistisches Endlager. Sie müssen mal nachgucken. In Hannover regiert die Familie Matzak. Der gehört in alle Zeitung Hannover in Niedersachsen bis nach Rostock hin. In Köln können Sie keine Zeitung lesen, die nicht Neven Dumont gehört. Können Sie nicht lesen. Gibt es keine. Das sind Monopole. Am ganzen Niederrhein ist die Rheinische Post und vier reiche Familien. Auch die Süddeutsche Zeitung gehört inzwischen einer reichen Familie aus Ludwigshafen, der Familie Schaub. Auf die bin ich gestoßen, als ich in Chemnitz geguckt habe, wem die Zeitung da gehört. Ich denke, Ludwigshafen, Schaub, Chemnitzer freie Presse, wie kommen die denn zusammen? Chemnitzer freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnentenzahlen der alten WDR. Die hat der Kohl, der Familie Schaub an der Treuhand vorbei zugeschüßt und nach der Wende. Ludwigshafen, Oggersheim, muss ein Zufall sein. Das ist eine Verschwörungstheorie. Wir wissen bis heute nicht, wer die Spender wirklich waren. Der Kohl hält dich, zumindest an der Stelle. Im ganzen Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke, Funke Medien. Früher war es die Watz-Gruppe. Jetzt ist es eine Familie, Funke Medien. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachel da durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass sich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt haben. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist, sozial ist, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Hackfress mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Aber die sind es jetzt, die schlugt der Stacheldraht. Kapitalgedeckte Altersversorgung, Zinses und Zinses ist Politik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit es uns die Arbeitsplätze begenehmigt ist. Perfektes System. Und in diesem System, meine Damen und Herren, wo Politik gemacht wird für die reichen 10% und die reichen Familien, die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die wird den Reichen selber nicht gefährlich. Die Merkel hat selber keine finanziellen Interessen. Das glaube ich wirklich. Aber die interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist es im selben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Dankeschön. Vielen Dank.